Heute zeige ich dir einen kleinen Beauty Hack gegen deine Fältchen. Was du dafür nutzen kannst, bleib dran, das zeige ich dir gleich. Ich verwende hier heute meinen Feenstaub. Das ist ein Prime & Setting Puder auf Wassermolekülbasis. Es ist fluffig, leicht und du wirst gleich sehen, das kann wirklich zaubern. Ich nutze heute einen Puderpuff, auf das gibst du einfach ganz viel Produkt. Ja wirklich, etwas mehr ist hier wirklich besser. Das setze ich mir unter die Augen und drücke mir das schön an. Nicht reiben, sondern wirklich drücken. Und siehst du das? Man sieht sofort den Effekt und manchmal kann ich selbst nicht glauben. Die Haut wirkt direkt ebenmäßiger. Das Prime & Setting Puder minimiert die Fältchen, die Poren. Das ganze Hautbild zieht sich dadurch ein bisschen zusammen und dadurch werden deine Fältchen etwas reduziert. Kannst du natürlich ein ganzes Gesicht anwenden, ist ja ein Prime & Setting Puder und fixiert auch gleich nochmal dein Make-up. Und ja, das funktioniert auch auf der Stirn. Sieh dir dieses Ergebnis an. Du hast direkt mit meinem Zauberpuder hier einen Lifting-Effekt. Einfach auftragen, ein bisschen einwirken lassen und siehst du das? Ich kann es ja selbst nicht glauben. Schau dir das mal an. Die Fältchen verschwinden einfach. Wie grenzgenial ist das denn bitte? Und alles nur mit einem Prime & Setting Puder. Das Ganze jetzt ein bisschen einwirken lassen. Ja, ich bin verliebt, tatsächlich. Und jetzt gehe ich mit einem fluffigen Setting Puderpinsel hier nochmal drüber. Nehme das überschüssige Produkt ab. Wir wollen ja keine weißen Puderreste am Gesicht. Und verteile mir das auch nochmal im Rest vom Gesicht. So ist alles fixiert. Und siehst du den Unterschied? Die Fältchen werden deutlich minimiert. Mit dem.